Hallo, mein Name ist Lara. Ich habe die Marina Harnke bei mir. Hallo Marina. Hallo, grüß dich. Ich habe direkt eine Frage an dich und zwar hast du eine Beobachtung, wie sich deine Haltung im Arbeitsalltag verändert, also deine Position? Ich bin doch recht viel am Computer und merke da, dass ich immer die Schultern so ein bisschen nach vorne und nach unten, also eher so eine ein bisschen eingerollte Haltung. Das ist das, was ich am häufigsten beobachte. Genau, das ist das Klassische, dass man zu einem Rundrücken neigt und da wollen wir jetzt mal ein, zwei Übungen machen, die da entgegenwirken dem Ganzen. Genau, wir bringen die Hände hinter den Kopf, ziehen die Schulterblätter nach unten und dann führen wir die Ellbogen zueinander. Machen den Rücken rund und gehen wieder in die Aufrichtung. Öffnen, groß machen, Schulterblätter fest zusammenziehen und wieder rund machen. Und nochmals schön kontrollierte Bewegung, aufrichten und noch einmal schließen und öffnen. Jawohl, super. Das ein paar Mal wiederholen, zehn bis zwölf Mal. Vielen Dank. Bitte gerne. Dann viel Spaß danach machen und bis zum nächsten Mal.